Der VfL mit Dejaga, auffälligster und agilster Angreifer heute, dann Schäfer. Schäfer, Doppelpass mit Dejaga, Schäfer und dann Peuter gibt's doch nicht! Mit seinem überhaupt erst dritten Torschuss in der Bundesliga zum ersten Mal ins Netz, hat er ja alles richtig gemacht, der Felix Magath. Wer denkt jetzt noch an Salihamidzic? Vierte Torvorlage von Schäfer und Sebastian Polter mit einer Premiere, seinem ersten Bundesliga-Tor. Kurzer Anpfiff vom Chef, Achtung, das Ergebnis jetzt halten und wie, das sehen Sie hier. Schön an der Eckfahne, der Ball eingeklemmt, Zeitschinden.